Spiel nach Vertragsverlängerung einen Kampf zu liefern, 0 zu 0. Ist an der Schokoladenseite, auf der Rückkant. Mit die Führung für Ball. Noch nicht mit der Sicherheit, die er braucht. Aber genau die müssen sitzen, was weiß er auch. Oder vielleicht ein bisschen zu viel. Und Boll ist da. 7 zu 4. Oh, auch da. Boah, stark. Gut bewegt von Boll in Richtung Tiefel. Zum 8 zu 6. Er hält konstant diese 2-Punkte-Führung. Und da hat man sehr schön gesehen, dass Sipos blieb. Wird er da zu leichten Fehlern gezwungen. Fehler, 7 zu 10. Und der lange Aufschlag, beziehungsweise die Variante, die war dann zu. Der zweite von Linker-Lieber auch umgelassen. Und das ist sehr, sehr lehbuchmäßig hier. Von Rares Sipos. Sehr festes, druckvolles Spiel. Der Rumähne. Stark. Vorne Rares Sipos. Das sind dann genau die Fehler lieben. Aber vollkommen nachvollziehbar. 5 zu 3. 3 zu 5. Er versucht das. Rückschlag zu hoch. Einfacher Punkt für Timo Boll. Der immer noch mit der Vorna fliegt. Aber scheint zu funktionieren. Rückschlag zu hoch. Von Boll. Zu 5. Der die Führung. Für Sipos. Noch der Aufschlag. Halblang Richtung Wechselpunkt. Natürlich wieder Rückschlag. Somit der Fehler. 6 zu 7. Von Boll. Der gleicht leicht wieder aus. Beide. Spiel entwechselt sich langsam. Etwas Glück dafür. Da sind wieder die kurzen. Nächster Fehler auf die kurzen Melle von Boll. Damit scheit... Wunderbar gespielt. Für Boll. Viel zu hoch die Rückgabe. Bitter. Ja, ja. Auf dem Tisch. 11 zu 10. Nächster Satzball für Boll. Und er spielt den Rückschlag eigentlich. Guter Rückschlag von Sipos. Satzball Sipos. Aber Boll. Aber Boll. Und immer wieder die Rückgabe. 1 zu 12. Aber auch den kann er nicht nutzen. Nächster Satzball. Und Timo Boll. Aber auch den kann er nicht nutzen. Wunderbar. Und den nutzt er. Rares Sipos. Kämpft. Aber Boll. Aber Boll. Spielen zu können und das helft natürlich Möglichkeiten 5 zu 3. Die Möglichkeit zur 2 zu 1 Führung und die nutzt er. 11 zu 5 geht Satz Nummer 3 war Thamburg. Diese kurzen Aufschläge von Ball kriegt er nicht in den Griff. Und auch bei den kurzen Rückschlägen. Der lässt sowas so mühelos aussehen. Das war's. Das war's. Das war's. Aber auch Bolli. Noch da. Aber der Ausgleich. Sieben weiter. Und der macht bisher einen guten Eindruck. Und der setzt den Rückschlag ins Netz. Rares. Der greift aber auch aktuell alles an, was nicht bei drei auf dem Baum ist und es funktioniert. Rares Sipos. Vollheit dagegen, aber keine Chance am Ende. 2 zu 0. Die Führung. Jawoll! Aber alles offen. Vize-U21-Europameister. Jawoll! Der Rückschlag ist auch zu hoch, aber Siebosch, der... Ja, das macht er auch. Das macht er auch. Aber auch, boy. Ist wieder da. Und jetzt wird Siebosch mit dem Zeitpunkt. Und der Rückschlag kann einen zurückbringen. Boah. Ja, die Rückgang ist brutal, Leute. Den großen Teil. Nur aus dem Handgelenk, die Bewegung. Wahnsinnig gut. 9 zu 8. Der verkürzt wieder. Auch der. Torst mit dem. Und Siebosch. Es wird der Kuss. Volles Risiko von Siebosch. Aber Boll, der steht da und holt sich mit 13 zu 11 in dieses erste einzelne Säutigen.